Ihr Ziel ist es, die industriellen Arbeitsplätze in der Lausitz speziell im Bereich Energieerzeugung zu erhalten. Dafür haben sich fünf große Institutionen der Region zusammengetan. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus, die Handwerkskammer Cottbus, die BTU, die Wirtschaftsinitiative Lausitz und die Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin und Brandenburg. Sie haben gestern offiziell die Innovationsregion Lausitz GmbH gegründet. Dr. Wolfgang Krüger, Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, wurde zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung gewählt. Er und seine Kollegen haben sich vor der Gründung in vielen Betrieben der Region umgehört, von denen sich einige bereits Gedanken und einen Plan zur Energiewende und zur Erhaltung der Industriearbeitsplätze gemacht haben. Gleichwohl brauchen diese Unternehmen dabei Hilfe und diese Hilfe wollen wir mit Rahmen der Innovationsregion Lausitz GmbH organisieren helfen. Und das hilft allen Beteiligten, das hilft den Unternehmen in der Region, das hilft den Beschäftigten. Und es gibt den Menschen hier eine Perspektive, dass man nicht jetzt irgendwo außerhalb Ostdeutschlands sein Heil suchen muss, indem man dort bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen findet. Im Anschluss an die Gründung wurden gestern im Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg die erste Gesellschafterversammlung und eine erste Pressekonferenz abgehalten. Hier wurde das Ziel ausgegeben, Brandenburg soll auch nach der Energiewende Industriemacht sein. Der Kern der Überlegungen ist dabei, anstatt nur auf neue Industrieunternehmen zu setzen, lieber die Entwicklung aus dem industriellen Bestand zu fördern, auch in Zusammenarbeit mit Sachsen. Die Lausitz ist ja eine, die beiden Länder Sachsen und Brandenburg umfassende Region und auch wir suchen den engen Schulterschluss mit den sächsischen Kollegen, weil wir eine Gesamtlösung brauchen und die nicht an der Landesgrenze von Brandenburg nach Sachsen aufhört. So soll auch der zukünftige Firmensitz auf der brandenburgisch-sächsischen Grenze im Industriegebiet Schwarze Pumpe liegen. In der Innovationsgruppe Lausitz GmbH haben sich fünf Big Player der Region zusammengetan. Jetzt müssen sie auch als Mannschaft funktionieren.